Eigentlich haben wir nur eine Tautologie erzählt, die allen Reproduktionsfähigen offensichtlich und tautologisch vorkommt. Welche Rolle die Drittveränderungsimperative spielen, nicht nur in den Erzeugungen der Nachfolgeuniversen, sondern in der Generierung der Weltvorstellungen selbst. Aber wir benötigten 40 Jahre dazu, diesen Durchgang der Ausziehung, um das auch zu begründen, was etwas völlig anderes ist, als es einfach zu tun, weil es so ist, wie dem so ist.